Für einen richtigen Winter fehlt aktuell nur noch der Schnee und der ist vom Montag vorhergesagt. Auch wenn es wohl nur ein paar wenige Flocken werden. Es wird wohl so kalt, dass sie wohl liegen bleiben. Zu Wochenbeginn wird es kalt. Das Thermometer zeigt den ganzen Tag über Werte rund um die minus 3 Grad. Morgens kann es örtlich glatt werden. Am Mittag fallen dann ein paar Schneeflocken. Die Wolken haben sich zum Abend hin wieder verzogen. Die Nacht bleibt klar. Der Dienstag bringt Sonnenschein, aber eisige Temperaturen zwischen minus 6 und 0 Grad. Am Mittwoch wird es ähnlich kalt. Darüber hinaus zieht der Himmel zu und es fallen ein paar Schneeflocken. Der Donnerstag wird ebenfalls wolkig und kalt. Außerdem gibt es leichten Schneefall.